Und wir fangen an, mit dem Auszubildenden aus dem Bereich Metall. Und der Erste, den ich ausbüße, der hat heute Morgen auf die mündliche Profil gestanden, das kann ich jetzt besonders freuen. Ich komme einmal an. Herzlichen Glückwunsch. Toll, dass Sie hier sind. Ganz herzlichen Glückwunsch. Ein druckrisches Zeugnis. Herzlichen Glückwunsch. Das war ein sehr guter Bild. Ibrahima Sori-Beri. Herzlichen Glückwunsch. Eine tolle Leistung. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Guten Ramadan. Ein Schaffer, der sich auf seinen Hauptschulabschluss erzeugt, das er jetzt abholen kann. Applaus Und der erste ist der Derrick O'Heeze-Bohr. Applaus Herzlichen Glückwunsch. Schöne Rede. Das ist der Überschulabschluss. Wir waren sehr interessanter. Dann der Safiola Rahimi Und als nächstes war Kirill Drey An der Herr Inderjutsing Und last but not least Manjutsing Applaus